So, wollen wir erstmal auf die Tabelle gucken. Zehnter Platz sind wir jetzt. Drei Punkte Rückstand auf Arsenal. Ist alles noch drin. Alles noch drin. So, wo geht es denn jetzt hin? Schon wieder London oder? Keine Ahnung. Oh, Standards. Puh. So, das kommt ich doch gar nicht. Scherzgeks. So, Freistoßgrundlagen, Freistoßflanken. Puh. Wir haben gesagt, wir trainieren selber, also machen wir das jetzt auch, auch wenn ich das überhaupt nicht kann. Balance immer gut, aber Weitschüsse, Effet und Freistoß, Präzision 25. Ach du Scheiße, sind wir schlecht. Okay. Hm. Freistoße kann ich überhaupt nicht. Na ja, immerhin war er drin. Oh ne, jetzt ist auch noch das hier im Weg. Oh. Oh, Bärle. Und immerhin drinnen. Ah, knappes Ding. Hätte ich gedacht, der geht rein. Der kommt. Ein paar Bonuspunkte werden noch mal nicht schlecht. Oh. Im Hintergrund scheint es aber auch zu trainieren. Man hört noch Leute labern. Finde ich cool gemacht, muss ich sagen. Jawohl. Komm, noch ein paar Treffer. Oh, der war zu kurz, oder? Oh. Oh, der kam perfekt. So, exzellent haben wir schon. Jetzt versuchen wir den mal da oben rein zu knallen. Jawohl. Alter, das kann aber gut schießen, der Kerl. Und. Alter, schönes Ding. Komm, den knallen wir jetzt nochmal da oben in den Winkel. Hopp. Jawohl. Ah, einen Versuch dürfen wir noch. Ah, der war zu kurz, oder? Ah, ne, jetzt darf man doch nicht mehr. Danke. Ja, exzellent. Ist doch gut. Fortsetzen. Jetzt kommt, ja, Freistoß Flanken. Okay. Kicken wir auch irgendwie hin, glaube ich. Mal. Hoffe ich mal. So, ähm. Ach so, okay. Ja, wohl. So, hab ich mir das vorgestellt. Oh. Gute Abwehr. Gute Abwehr. Ah, da hält der Dormann auch noch. Zack. Na, schießt doch. Ah, warum köpft denn der nicht? Oder er macht irgendwas Verrücktes. Und. Ah, hüpfen alle vorbei. Ich glaub's immer nicht. Ach, Leute. Hat so schön angefangen. Jawohl. Oh, der war scheiße, oder? Ja, der war schlecht. Komm, einen noch. Ah, schade. Aber exzellent. Reicht. Geil. Hätte ich nicht gedacht, dass das klappt. Gutes Training. Dadurch werden wir uns wieder schön verbessern. So, komm, zeig mal ja hier. Na, das ist doch was. Ist doch okay. Wir werden besser. Aber wir bleiben Auswechselspieler. Das ist halt die Kacke. Wir wollen Startelf spielen, Leute. Okay, wir haben noch eine... Wir haben noch genug Spieler. Also von daher alles gut, alles gut. Das muss nur so weitergehen wir jetzt im letzten Spiel. Außerdem jetzt stärker geworden. Achso. Ich dachte, wir werden jetzt auf 64 erhöht. Nicht ganz, nee. So, wieder London. Hä? Noch ein... Freies Training. Noch mal Trainingstag, okay. Ist grad Spielpause, Länderspielpause oder so? Kann das sein? I don't know. So, was spricht er denn hier? Gentlemen. What do you say, we do a little hard training today? Lovely. Let's get cracking. Doing a little open training today? It's on you. Äh, okay. Doing a little open training today? It's on you, Lads. Wir haben die Wahl. Cool. Session hinzufügen. Schuss würde ich gern. Ähm. Schussgenauigkeit schwierig. Ah. Ja, hier könnte man natürlich... Ich glaube, wir machen lieber leicht. Abschlusskotzdistanz. Und... Dribbling leicht, ja. Auf geht's. Hoffentlich klappt's. Das ist aber auch schön, ne? Ja. Drin ist drin. Ein paar Bonuspunkte werden schon nicht schlecht heute. Danke. Danke. Oh, schön. Ja. Schwangfuß. Exzellente. Weiter. Genauso möchte ich das. Genauso. So, Dribbling-Parcours. Da kann man nämlich ein bisschen Ballkontrolle und Dribbling, glaube ich, dazu gewinnen. Was wir sehr brauchen. Ach du Scheiße. Ähm. Sieht doch jetzt bis jetzt ganz gut aus. Alter, ist das kacke, wenn der Spieler... Oh. Spieler so schlecht ist. Wuh. Alter, ich muss auffassen, dass ich nicht mit meinem Finger vom Stick rutsche. Oh. Oh. Nein. 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 Bleib hier. Nein. Schade. Eine B gebe ich mich jetzt nicht zufrieden. Arsch. Nein, verdammt. Ich gebe mich doch mit einer B zufrieden. Ich habe nämlich fortsetzen gedrückt. Ich arsch. Na ja, okay. B ist okay. B ist okay. Let's my rhyme, bitch. Yeah. Uh. So, okay. Ich hätte auf einen neuen Versuch machen sollen, aber egal. Da ist natürlich nicht sehr viel dazugekommen bei Dribbling und bei Controler, aber egal. Wir sind stärker gewonnen. Das ist schon mal ein Anfang. immer noch Auswechselspieler, das gefällt mir ja gar nicht, aber okay. Oh, bald 50.000 Follower, wir haben auch jetzt einen Skillpunkt wieder mehr, aber wir warten erst mal. Nächste Spiel gegen Hull City. Nächste Spiel gegen Hull City. Okay. Machbar, aber ich will nicht zu vorlaut sein. So, kommt jetzt ein Video oder geht's gleich los? Wir spielen wahrscheinlich Krone 4, 4, 2 und ich als Auswechselspieler. Das haben wir ja schon gesehen. Genau. Gut. Schauen wir mal, was passiert. Scheint kein Video mehr zu kommen, okay. Muss ja auch nicht immer sein. Oh man, da sind sie jetzt nie. Bordfahren. Halbe Stunde hier noch zu spielen. Oh, eine halbe Stunde haben wir jetzt noch. Noch ist Leicester hier nicht durch. Knäpfe Führung. 7,0, ein Tor erzielen und das Spiel gewinnt. Heute gibt man da Harry raus oder wie er heißt. Okay. So, schönes weißes Trikot. Wir führen 1 zu 0. Genauso höre ich das. Jetzt müssen wir nur... Welche Position bin ich jetzt eigentlich? Scheiße. Ein Tor erzielen. Ja komm, das kriegen wir doch nochmal hin, oder? Alter, die stehen ja auch ganz schön defensiv, die Typen, ey. Zack, schon ein Pass. Und Ball verloren. Ganz toll. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Aber wir haben noch Zeit. Und den Ball hat er sich geholt. Schön abgefangen. So habe ich mir das vorgestellt. Mon die. Warum spielst du nicht, Keule? Da hast du jetzt viel gekonnt, mein Freund. Kaum ein Tor wollen wir machen. Am besten mit uns selber. Aber Hauptsache, wir machen noch eins. Für Hauptsache, wir gewinnen. Ich bin nämlich ein Teamplayer. Aber die stehen ganz schön defensiv, kann das sein. Da wissen wir ja gar nicht, wo man hinlaufen soll. So, komm, Pass halt mal irgendwo hin. Nicht zu mir, aber woanders hin. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Er sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Und schöner Pass. Oh, macht er das Ding rein. Muss Einwurf geben. So ein schöner Pass von mir. Das war, glaube ich, sogar ein Gareth Walker, der Pass, ne? Der arrogante Scheißkerl. Ah, fuck, den habe ich nicht ordentlich angenommen. Aber wir haben nochmal Einwurf. Äh, was war denn das jetzt? Das war ja mehr als unnötig. Wir hatten ja genau zum Gegner drauf. Sehr gut. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Ah, passt. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Passt nur noch 15 Minuten. Maris. Komm, passt. Alex Hunter. Ja, Walker, da hast du jetzt irgendwie ein bisschen festgelaufen, oder? Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene technisch. Was war denn das jetzt, Leute? Ordentliche Pässe hier. Meine kommen auch an, ja? Bis jetzt. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Gut aufgepasst vom Verteidiger. So. Jetzt wird es gefährlich. Oh, schöner Pass. Warum schießt er denn nicht? Klasse Einsatz, aber kommt doch heute mal. Warum passt du denn nochmal? Der eine hätte auch jetzt schießen können. Ich weiß nicht, wer es war. Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht nochmal was, oder, Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier nochmal eine ganz, ganz enge Kiste werden. Ja, er ist neu mit. Und jetzt geht noch mehr Risiko. Sieht schon fast nach Brechstange aus. Aber ist ja auch kein Wunder. Sie brauchen das Tor. Lange Bälle in den gegnerischen Strafraum und auf den zweiten Ball. Kein Tor schießen wir jetzt. Das scheint die neue Taktik zu sein. Mal sehen, ob sie damit zum Tor haben. Los, komm. Da trennt er ihn vom Ball. Ganz enge Kiste hier. Es ist nur ein Tor. Und wir haben noch fünf Minuten auf der Uhr. Alexander. Ah, Fehlpass. Scheiße. Snodgrass. Jetzt habe ich auch mal einen Scheißpass gemacht. Wird es jetzt gefährlich? Ah, die Pässe sind aber auch von denen nicht gerade besonderlich schön. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Livermore. Oh, ich wollte nicht checken. Ich wollte nicht checken. Nein, ich will doch nicht checken. Ich will nur festhalten. Aber es ist nach wie vor eng. Es ist noch alles drin. Sauber vom Ball getrennt hier. So. Er spielt den Pass auf den Flügel. Ah, das sind so viele. Sehr gut gemacht. Er hat den Ball. Ach, Leute. Egal. Egal. Die sind gut. Aber Arsenal ist ja auch in Wirklichkeit sehr gut. Gerade Özil. Ich mag Özil sehr. Ist ja auch ein klasse Team. Kann man nicht sagen. Und wieder Transfermärkte. Äh, Transfermärkte. Transferwert erhöht. Ah, ich denke mal, die Trophäe war für über 50.000 Follower wahrscheinlich. So, ein bisschen stärker ist immer auch wieder geworden. Das ist immer gut. Und so, 64,5. Da geht noch was. Da geht noch was. Weiter. Wir haben auch gar nicht mehr das Zimmer mit Manchester drinnen, ne? Okay, kannst du ja schlecht machen. Du spielst bei Layser und machst ein Manchester-Zimmer. Ja, okay. War dumm von mir. So, wie sieht's aus? Arsenal erst mit 10 Punkten. Chelsea zweiter mit 8. Tottenham dritter mit 8. Manchester Föder mit 8. Wir, ne. Crystal Palace fünfter mit 8. Wir sechster mit 7. Alles noch drin. Also, nach vier Spieltagen sieht's doch jetzt doch ganz gut aus. Nachdem wir zwei Hardepong schon hinter uns haben. Aber da kommen halt auch noch ein paar. Was kommt jetzt? Komm her. Hab' einen Seat, Mann. You know, back when I was playing, I used to dream of playing in Europe. Travelling the continent, facing the best of the best. European football. It's a different beast. It's slower, more tactical. As you know, we have to submit a list of players for our games in Europe. And the gaffer hasn't put your name on it. Look. Play well. And you'll get your chance in Europe. But just not this season. Alright. Ach, fuck you, ey. Ist doch scheiße. You will get your chance, Alex. Just all in good time, ey? Go on. Ach, schade. Läuft nicht bei uns irgendwie. Ärgerlich, ärgerlich. Kein Europa-Pokal. Für uns. Naja, gut. Spiel einfach weiter. So, jetzt dürfen wir die ganze Saison nicht im Europa-Pokal antreten. Spielt man nicht nur eine Saison in diesem Journey-Modus, dachte ich? Schade. Hat sich das also erledigt, wa? Another day, another practice. Let's get on with it. Strikes from outside the box are on the menu today. Power. I'm talking so hard, the keeper can't stop it, even if he gets a hand on it. Jaja, ich bin schlecht gelaunt jetzt. Hoffentlich kann ich die Dinger jetzt um die Ohren pfeifen, ey. Ich wollte auch im Europa-Pokal antreten. Verdammt nochmal. So, okay. Ich schneide mir die Dinger jetzt hier einfach rein vor Wut. Oh. Zack. Immer rein mit. Jawohl. Immer. Ah, das war scheiße, aber... Hauptsache Trim. Jawohl. Oh, nicht schlecht. Ja. Hauptsache Trim. Komm, machen wir mal so einen hier. Oh, der war scheiße. Jawohl. Ist zwar nur B, aber B ist auch okay. Ich glaube, damit will ich auch fortsetzen. So, Kopfbälle und Wollys. Oh. Da werden wir wohl nicht viel erreichen. Weil da kommt dann noch ein Gegenspieler dazu und da wird es schwer. Hä? Hast du das was gerade sagen? Der war noch drin. Sehr gut. Oh, ich stehe hinter dem Spieler. Das ist schlecht. Oh, nö. Hau doch mal ab da hier. Ey, der war drin. Sehr schön. Sehr schön. Oh. Ich hab' ich nicht erwischt. Ey. Ah, ich laufe ein bisschen schlecht. Jawohl. Oh, schönes Ding. Der war nicht so gut. Der war schön. 11.111 Punkte. Exzellent. Hätte ich nicht gedacht. So. Zeig mal, wie wir uns verbessern. Na los. So. Sehr gut. Einiges verbessert. Das wollte ich doch sehen. Ja, Steil 11.111, das wissen wir ja. Leider Gottes. So, wer ist der nächste Gegner? Das ist hier die Frage. Burnley. Könnten wieder drei Punkte drin sein. Ich will ja nicht die große Klappe haben, aber ist möglich. Schauen wir mal. So, weiter. Na los, komm. Wir wollen spielen. 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 Etwas weniger als 30 Minuten auf der Uhr. Zeit für den Wechsel. Hunter kommt rein. Lester, wir kommen rein. Und sollen eine Vorlage holen und das gewinnen und 7,0 Wertung. Okay. Wieder für Harry. Oder wie er heißt. Henry, Harry. Arschgesicht. Irgend so was. So, wir... Oh, 3-3. Alter, Falder. Das könnte der Gelegenheit werden. Spiel doch ab, Junge. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Man, ey. Mann, ey. Das läuft man sich so schön frei. Auf, jetzt sind sie am Ball. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimannschaft. Spiel doch ab, Mensch. Was hier los ist. Traum geht drauf. Gut, Monson. Marni. Wir müssen mal langsam mit ihrem Beibesitz kommen. Sonst wird das alles nichts. Sehr schön. Ah, schade. Gut gemacht. Der hat den Ball erobert. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Flanke kommt. Wird das eine Chance? Nein. Doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Da kann er klären. Schlechte Flanke gewesen. Oh, schönes Ding. Schade. Jetzt wird's den Wechsel geben. Nein. Gut. Hier, im Mittelfeld. was war denn das für ein pass das hätte brenzlig werden können aber er kommt vorher an den ball kurzer blick zur uhr für das stündchen haben wir noch super ein stoppen läuft gerade nichts zusammen hier sie scheinen sich den gegner zurechtlegen zu wollen der ball läuft gut aber noch finden sie keine lücke schade das ist eine gute gelegenheit aber es gibt den freistoß noch und jetzt wechseln sie jetzt so nicht er ist da kann man nicht nicht richtig durch die abwehr steht gut da bekommt er unterstützung schöne flanke oder abgeblockt es wird nichts hier zehn minuten sind um zu absolvieren stärker werden was war denn das bei der nächsten unterbrechung wird hier gewechselt auch kurz vor schluss will ich hier keine prognose abgeben noch ist alles möglich brauchen wir euch ein ball wir müssen durch schießen jetzt wird es gefährlich alex hunter was macht er denn wir haben er steht gut und sicher im moment ist da kein durchkommen und wir erkennen ich bin jetzt echt nur unentschieden oder was gerade gegen bönnlich kann man schon drei punkte holen jetzt alexander ich werde gerade passen mensch da verlieren sie den ball da wäre mehr drin gewesen so natürlich kein problem er holt sich den ball so los jetzt den spiel der steil jawohl da ist das ding gott sei dank klasse ich muss sagen da haben sie ihren keeper auch nicht unterstützt klasse einfach den zweiten ball verhindert hätte aber wieder abseits sein können meiner meinung nach aber ist mir egal zweites premier league tor und wieder kurz vor ende der partie ah geil und das war eine ganz ganz enge partie heute die vielleicht hier jetzt den glücklichen Sieger zu sehen hat das start schon bebt hier kurz vor schluss ganz out feeling kriegt man da ja jawohl drei punkte ah herrlich wir haben zwar nicht die torvorlage aber wir haben das tor da ist mir egal ob ich alles erfüllt habe arsene gewinnt gegen liverpool ei 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 arsene ist hier aber auch ganz schön krass unterwegs mega geil fühlt sich an der sieg ist die hauptsache ja ne just feels good to have the three points in the bag it was a tight game both teams had chances but our lads managed to find that little bit extra it's a real pleasure to be part of such a strong team alex the team comes away with a win any comment on the three points tonight yeah yeah i think the gaffer really nailed it the way he set us up to play today i think we made it really difficult for the opposition out there so yeah all credit to him that's all alex no problem so ein siegthörer tut immer gut ich denke mal ein bisschen money hier ich weiß nicht was uns das bringt oh 5 million transfer wert sehr schön 60.000 follower haben wir jetzt bis 200.000 müssen wir kommen damit wir mal hier so ein deal bekommen ein sponsoren deal das wäre doch mal unser ziel hier eigentlich und wieder stärker geworden 65 haben wir jetzt sehr nice zwei skill punkte dazu haben wir doch haben jetzt wieder drei ja da gucken wir dann auch mal wieder nach was wir hier verbessern können schwacher fuß definitiv nehmen wir das ja ne 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 kurze pässe sind natürlich auch wichtig ne lange pässe auch freistöße wollen wir nicht auf meterbaum erstmal nicht nee komm wir machen mal die angeschnittenen schüsse oder ja komm nehmen wir den noch was kann man hier kann aber nicht noch was machen oder nee also was haben wir denn tempo 76 schießen 61 passen 60 tripling 66 defensive 44 körper 67 ok defensive ist nicht ganz so wichtig ne als stürmer ist das jetzt nicht die wichtigste eigenschaft in der defensive gut zu sein so haben wir jetzt noch mal drei punkte geholt damit bleibt mal oben auf jeden fall erst mal dran würde ich meinen weiterhin siebter zwar aber immer noch nur drei punkte auf arsenal das ist die hauptsache hier unten sind wir auf jeden fall schon mal erst mal weit entfernt oder was heißt weit aber schon gut entfernt würde ich meinen hier unten ist das ist die hauptsache und also